Yo, yo, yo Leute, was geht ab? Euer Danny hier wieder am Schatten. Heute kommt mal wieder ein neues Video, kaum zu glauben, aber wahr. Und zwar kommt heute das letzte Video vom Speedfight 2. Das ist wirklich das letzte Video, weil heute werde ich den wunderschönen Speedfight 2 in den Ransporter laden und dann werden wir gleich nach Dortmund fahren und den Roller zum Gewinner bringen. Ich bin mal gespannt, was der vor Ort sagt und wie er sich freut. Eigentlich müsste er sich richtig freuen, der hat einen mega geilen Roller gewonnen. Ja, wie ihr seht, Wetter ist natürlich jetzt nicht optimal dafür, aber ich habe gesagt, ich komme heute, also ziehe ich durch. Ich mache es. Ich bin mal gespannt, wie lange ich unterwegs bin. Ich bin bestimmt sechs Stunden unterwegs oder so. Ja, und für alle, die mich bei Twitch noch nicht abonniert haben, unten ist der Link drin. Folgt mir mal, würde ich mich echt drüber freuen. Mache da in letzter Zeit echt mega viele Livestreams. Neuen Roller habe ich so gesehen, glaube ich, schon gefunden für ein neues Projekt. Aber da kommt erst mal ein Tag ein Video, wo wir ein bisschen drüber quatschen über das nächste Projekt. Da könnt ihr alle mitbestimmen, eure Meinung raushauen und ja, auch Vorschläge machen. Ich bin für alles offen, wie gesagt. Ja, das kommt die Tage dann irgendwann. Danke nochmal an den Abonnenten, der mir die Kappe hier zugeschickt hat. Für hinten. Die machen wir jetzt noch schnell dran. Aber guckt euch mal an, wie geil sieht das bitte aus, das Eisblau jetzt bei Schnee. Das sieht ja ultra geil aus. Mega. Und ganz wichtig noch, da jetzt wieder Winterzeit ist, ist mir nämlich die Tage aufgefallen. Die gute Standheizung, die ich jetzt habe, die ist jetzt wieder verfügbar auf Amazon. Die war ja wirklich, wo ich dir das erste Mal gezeigt habe, da war die ja nach zwei Tagen komplett ausverkauft. Die ist jetzt wieder vorrätig da, seit ein, zwei Tagen. Den Link von der Standheizung hau ich euch auf mich rein. Ja. Aber nicht wieder, dass sie in zwei Tagen ausverkauft ist, Leute. Guck mal, wie geil das aussieht. Feier ich voll. Jetzt geht der schöne Roller weg. So, hier haben wir die Kappe. Ha, die passt perfekt. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Das sieht schon mega aus. Da muss ich gleich noch ein paar Fotos machen, bevor ich losfahre. Diese schönen Snow. Sehr geil, sehr geil. So, ich will jetzt gar nicht weiter quatschen. Ich lade den Roller ins Auto rein. Ich denke mal, auf der Autofahrt werde ich mich nochmal melden. Und dann sehen wir uns in Dortmund beim Gewinner wieder. Bei dem guten Tim-Hießer. Beim Tim sehen wir uns wieder. Ich bin gespannt, wie er sich freut. Und ja, was er einfach sagt zum Roller, wenn er ihn jetzt zum ersten Mal sieht. Ach Gott, Jan, so ein schöner Roller. Aber ich freue mich schon mega aufs nächste Projekt. Ich bin jetzt gute drei Stunden gefahren. Ich bin jetzt angekommen. Es ist ja mittlerweile schon dunkel. Hier in Dortmund liegt zum Glück kein Schnee. Ab Göttingen war es alles schneefrei. In Kassel lag nochmal ein bisschen Schnee. Ja, die restliche Fahrt war ganz gut. Autos waren ziemlich voll. Oder es ist mittlerweile 19 Uhr. Ich bin jetzt nur noch, naja, so 200, 300 Meter entfernt vom guten Tim. Ich habe mir denen gerade geschrieben, dass ich in einer Minute da bin. Wir fahren jetzt hin und dann schauen wir mal. Let's go. Ich bin total aufgeregt. So, da sind wir jetzt in der richtigen Straße. Hier irgendwo wohnt der gute Tim. Sehr dunkel hier. Moin. Du bist der glückliche Gewinner. Genau. Glückwunsch erstmal. Dankeschön. So, denn ich muss auf jeden Fall filmen, deine erste Reaktion. Ich bin einfach mal gespannt. Ich auch. Ja, du kannst mal gucken. Machen wir mal das gute Stück hier auf. Ja. So, erstmal ich muss mal gucken. Okay, hier habe ich abgeschlossen. So, da steht er schon mal. Wow. Ich mache mal Licht an. Wow. Ich mache mal Licht an. Nicht schlecht. So, jetzt haben wir Licht an. sehr nice. Sehr nice. Schick, schick. Das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ich habe mich gefreut. Ja, glaube ich. Ja, natürlich. Also, ich glaube, jeder hätte sich gefreut, wenn er den Roller gewonnen hätte. Ja, das glaube ich. Ist auch ein schickes Teil. Ich gucke mal den mal von hinten an. Ja, gucke dir ruhig mal von hinten an. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, ihn sauber zu machen. Alles gut. So sieht er von hinten aus. Schick, schick. Ja, dann wäre ich dafür. Laden wir das gute Stück mal aus. Ja. Gerne. So, Roller habe ich ausgeladen. Tim ist noch mal rumgegangen, hat mich noch mal angeguckt. Er freut sich auf jeden Fall. Die ganzen Sticker, die habe ich ihm auch gegeben. Da kann er dann so, wie du es willst, welche draufkleben oder auch nicht. Ja, klar. Aber ich denke, ich lasse den so clean. Ja. Siehst du ja dann. Ja. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall allzeit gute Fahrt mit dem Roller. Vielen Dank. Werde ich bestimmt haben. Viel Spaß damit. Danke, danke. Und drauf sitzen bleiben, ganz wichtig. Auf jeden Fall. So, ich mache mich wieder auf die Heimreise. Bis denn. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich habe es geschafft. Ich bin hier zu Hause. 620 Kilometer bin ich jetzt gefahren. Ich bin heute um halb vier los. Jetzt haben wir es viertel nach elf. Bin fix mit allen. Bin froh, wenn ich gleich im Bett liege. Aber ja, Abonnent ist glücklich. Also Abonnent und Gewinner ist glücklich. War auf jeden Fall ein mega geiles Projekt. Auch hier nochmal Dankeschön an alle, die daran teilgenommen haben am Gewinnspiel oder an dem Projekt. Ja. Nächstes Projekt ist schon in Planung. Dazu kommen die Tage jetzt oder kommt die Tage ein paar mehr Infos. Ja. Seid gespannt. Ja. Ansonsten folgt mir auf Twitch. Lasst auf jeden Fall ein Like und Kommentar da hier beim Video. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Not eine vendo schon wieder. Baby está mal. Und dirty. Jasper. Lol. Nachspaar precautions in Er speeds,